Wisst ihr, was das allerbeste an Nightwash ist? Dieses Gefühl, alle, wirklich alle ganz genau zu kennen. Dieses Gefühl, eins zu sein mit seinem Publikum. Das ist fast schon sowas wie ein verwandtschaftliches Verhältnis. Und man weiß ganz genau, wie die gleich reagieren. Passt mal auf. Jetzt kommt Dr. Welf Heger. Seht ihr?